Willkommen zurück meine lieben Freunde zu einer weiteren Runde mit Rocket League. Es sind immer noch die gleichen, die liebe ich mit dem Simon. Hallo, ich mit Ander. Und der Ferb mit dem Rampage. Und der Ferb mit dem Rampage. Ich hab dich nicht gesehen, Simon, sorry. Ich bin auch schneller als der Schall, schneller als der Schall. Oh, daneben gesprungen. Ich komm, oh, ist sauber. Dann bin ich daneben gesprungen. Fuck. Tja, gleich ein neuer Partner, läuft's viel besser. Komisch. Da läuft ich jetzt nicht ein. Würde ich auch lassen. Da ist ein Mushroom. Ich hatte ja nur mehr Punkte als du. Du kannst ja den Kürzungs sehen. Alter, ich seh nicht, wo lang ich fahre, gell. Wenigstens einer, der den Ball trifft, aus dem Tor raushauen kann. Also eigentlich lieben die beiden sich, Fabian und Ander. Nice. So wie in jeder guten Ehe, dann gibt's halt noch was. Fabi, nix kann er, Junge. Nix kann er. Jo, hallo. Nein, nein. Der Torlöse. Der Torlöse Mushroom. Jawoll. Geht rein, Junge. So. Oh, 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 oh. Willst du noch was sagen? Ja, der ist zu weit drüben. Hallo. Hallo. Was bist du denn? Ich war am Abdrehen. Ja, weißt du, was ist das Problem mit meinem Abdrehen? Am Abdrehen. Oh. Da muss man lauern. Jawoll, Fabi. Ja. Boah, da ist Simon. Boah, nein. Er hat mich weggehauen. Komm schon. Ja. Weißt du, wie kommst du denn jetzt hinterher? Man kommt doch nie dem Ball hinterher, wenn er angeschossen wurde. Juuu. Alter, der war aber. Und der überholt mich sogar noch. Was für den, ob ich ihn? Oh, Arnold, der war kritisch. Scheiße, ja. Wie bist du jetzt hinterher gekommen, Martin? Ja, ich hatte voll Boost. Ja, aber trotzdem. Ach, scheiße. Einfach nicht runterlassen und dann kurz vor den Ball, äh, den Sprung nach vorne. Hacked ihm. Simon. Oh, der kommt eh ekelhaft. Ah, nicht so. Geiße. Sehr gut. Ich muss zurück, zurück, zurück. Ja. Bleib du, bleib du. Okay. Waaah. Ja. Waaah. Verdammt. Das ist ein Quatsch. Simon. Schön. Oh. Schön. Nice. Easy. Ja. Fabi, hast du schon Vikings angeschaut, die vierte Staffel? Ähm, die ersten sieben Folgen erst. Die ersten sieben. Jetzt gibt's nur noch zehn. Ich weiß. Äh, ja. Nee. Oh. Oh. Jawoll. Verarsch mich doch nicht, ey. Simon, jetzt stubs sie nur rein. Oh. Komm mal, Arnold. Jetzt. Tor ist leer. Ja, ist aber richtig gut. Oh, Arnold. Jawoll. Simon, du sollst mich nicht weghauen. Ich hab nicht gedacht, dass du noch dran kommst. Was soll das heißen? Oh. Nein. Komm schon. Na, schade. Ich hab keinen Boost. Ich bin auch zu weit weg. Egal. Ich bring sie schön. Oh, viel zu stark. Ich bin zu stark, Junge. Ich bring sie schön. Falsche Taste. Nein, da ist der Simon schon wieder. Nein, da ist der Mushroom was. Der Eklige. Ey. Was? Was? Das ist ja wirklich beleidigend. Nein. Nein. Och. Jetzt fliegt der gerade aus. Ich bin in der Mitte. Ich war so sicher, dass ich ihn kriegen würde. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt kommt sie gerade da runter. Shit. Mann, ey. Wieso? Manchmal macht er die Seitensprünge ja mega hart. ah scheiße aber überhaupt nicht ich mache irgendwas falsch. Simon, machst du das in die Mitte, irgendwie? ja, aber ich so fliege... jetzt fliegt der so klein, das war in die Mitte naaaah nice reicht nicht uah shit nicht in die Richtung Simon ja doch, Fabian wär sonst ran, aber nein kriegt das nicht kriegst du ihn? ah scheiße da kann man nochmal ran jawohl ok, Simon oh alter in die kurze, verdammt das dachte ich mir lange, haha, als ob ich das steuern könnte wuuu haha ah ja, da stand's im rückennetz ah wuuu verrückt sie wer hab ich den gemacht? aaaah alter ja oh nein sie ist so blöd gehüpft noch verdammt Arnold Arnold lass es yes sehr schön halt da doch geschehen, Arnold lass es mal hin ha 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 uuuuuhu aber er kommt noch ja, ich hab ihn noch erwischt aber ja weiße verzieh' dich 30 sekunden anzeige uuuuuh uuuuuh werden darüber können uns jetzt streiten aber der auf jeden fall das ergebnis war sie ist reingegangen und darauf kommt es an w du musst jetzt mal wieder einen ball in die mittel leicht in die mittel ich muss ihn echt treffen ja das war zuviel jawoll, alter verrat mich nicht I'm back Vorlage Vorlage Fabi hat einmal, das breit die ganze Zeit an ihm ab 120 Punkte Hallo Fabi, nur die Tore zählen Nur die Tore zählen, Junge Geil Es war nur Match 1 Das war Match 1, jawoll Ciao Madden Keine große Fresse Madden, Reds spielt Madden? Ja, da ist er wieder Ich habe mir gerade überlegt, ob ich weg bleibe Orange Ja Ich liebe diese Map Ich liebe diesen Zirkus Was? Ich liebe diesen Zirkus Ja, Karls guckst du's auch an Ja, ist ewig gut Aber es ist anderthalb Stunden vergangen und es ist irgendwie noch gar nichts passiert Das kenn ich Ist bei Abolea genau so Korrekt Das würde ich auch zu gern machen Das kriegst du halt nicht hin, ey Zeitlich nicht Wie viele Leute würden das angucken? 20? Ja Was? Ja, wenn wir auch so Amorea so Oh nein, das kann sich aufbringen Das kann sich aufbringen Geil ist schon, wenn es also Simons Geschichte ist halt geil, deswegen kannst du es halt machen, weißt du? Mhm Super, klasse Aber da werden so fünf Folgen Diskussionen laufen wir jetzt nach rechts oder laufen wir nach links Du Bitch, Alter Ja Und dann kommt halt die Zauberfrage von Simon Was wollt ihr machen? Okay, jetzt erstmal halblang Was hab ich ihm hinter Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, fast noch ein Weg gewesen Danke Simon So langsam Kacke Richtig schlecht Oh, Alex, die perfekte Technik Ja, wirklich perfekt Fick dich, Mann Dauber Nein! Das bringt diese Pläne hoch Pass los, pass los Uh! Uh! Ja Ich krieg... Arnold kriegt die beim Reimschlagen Ich krieg gar nix dafür Oh nein, der ist schon wieder so schlecht Oh nein! Bin ich da, du musst es selber machen Okay, nice Oh, ich hab keinen... Das heißt, das ist die Boost in der Ecke weg Jetzt hab ich so eine große Fresse gehabt vorhin, Mann Oh, fuck Komm schon Oh, leck mich doch am Arsch Dauber Geh mal in die Ecke Na, die ist zu kurz Bringst du sie? Ja Ja! Ach, er kommt auch noch dran Dann weißt du wie... Aaaaaaah Wie steil, der runterfällt Aber richtig Komm schon Geht daneben Egal, sie ist da Aaaaaah Das gibt's nicht Solange Fabi da tanzt Fahre ich ruhig mal den Ball Fuck Too slow Naaah Babi Der kommt wieder Zum dritten Ball Das eng kriegt vorm Tor runter Das gibt's doch nicht Simon legt nur vor Eine Vorlage Ne, das war ich nicht Warte mal den Ich wollt Fabi wegstacken Da war ich zu langsam Ach was, vergiss das Geschirrchen Leg mich nicht mit Nieren Keine Chance Nice Der kommt runter Komm runter, komm runter, komm runter Nein Das kippt es doch nicht Nein Alter Ja So muss es sein Verdammt Abgesnackt Abgesnackt Junge Kann aber nicht aufs Dach schießen Scheiße Ja Das kippt Fabi, Achtung Fabi, Achtung Fabi, Achtung Oh, ich bin da neben gesprungen Und genau, ob Fabian den rausspielen kann, weißt du? Ich wär fast dran gewesen. Und jetzt, der fliegt natürlich nicht weit genug, bis er vorm Tor landet. Er kommt vorher runter. In der Mitte. Oh, Alter. Oh fuck, sorry. Oh, Simon. Komm, 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 komm. Ah, oh, wie kein Befreiungsschlag. Du hast sie mir ja direkt auf den Lauf gezogen. Stärker ganz nicht gehen, oder wie? Ja, genau, und er ist... Geh in die Mitte. Oh fuck. Sehr gut. Hat dich voll hin. Hattest du in die falsche Richtung gedrückt. Ah. Ja, uh, komm. Oh nein. Nein, weißt du, das ist doch scheiße. Nein. Nein. Die muss aber. Ich drehe durch, die hättet reingehen müssen. Oh. So langsam wird es aber auch Zeit, dass wir mal als Anschluss... ...vorschießen. Oh. Oh, ich war weg, ich war weg. Nein, Simon, so was auch nicht passiert. Oh, der prallt. Warte, verpiss dich, Mann. Oh nein. Das kriegst du jetzt. Das gibt's nicht. Simon, Simon. Gottverdammt. Ich bremst. Ich bremst. Er fährt weiter, weißt du, und dann hopst der Scheiß-Ball so über mich irgendwie weg. Drüber. Ich hab genau gesehen, ich komm nicht klar. Oh, da bin... Ich hätt's hier reinmachen können. Und jetzt seh ich dumm. Oh, Mann, ey, da sind grad ein paar Spezialisten am Werk. Nein. Nein. Oh nein, dass du jetzt noch da drankommen musst. Team Chancentod. So. Heute in der Hauptrolle. Und Abt. Und Mushroom. Oh, Alter, da kriegst du nichts mehr geschissen, Mann. Oh, da muss er noch irgendwie drankommen, gell? Natürlich. Party, machste. Oh. Nein, 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 nein. Batman. Oh, wie scheiße der jetzt liegt. 100 Folgen schon. Naubach. Man kriegt solche Bälle nicht rein, Mann. Alter, wird schon wieder so eine lange Drecksfolge, Mann. Ah, schade. Kacke. Ich halt sie um, Simon. Machen sie. Schade. Oh. Da liegt sie schon unten. Ja, 1-1. 1-1. Rückrunde. Fuck. Huh. Fuck. Ja. Ja. Ja, mit 120 Punkten, dann sind sie die meisten, Bitch. Ja, Glück gehabt. Ja, ne. Wir sind blau, oder? Ne, wir sind blau. Gerade eben war dir... Waren wir gerade blau? Ihr war gerade blau. Ne, scheißegal. Ja. Oh, blau gewinnt aber immer. Das soll sie auch sein, ne? Oh, Alter. Jawoll, jawoll. Mach den Ohr, zauber. Oh, Mann, ey. Oh, jetzt, weißt du, der prallt wieder genau von Fabian runter. Statt, dass er von mir runter prallt. Oh. Simon? Nice. Der war richtig gut. Der ist assig schon. Der war richtig eklig. Ja. Vor allem sah er erst so aus, als ob er vorne runter kommt. Ja, dachte ich auch erst. Und dann... Doch nicht. Puh. Oh, bei mir leckt's. Komm, schau uns. Ja, aber du musst benutzen. Fuck. Oh, nicht die Scheiße im Tor. Ja, gut. Was zum... Ja? Ja, Mann! Ja, Mann! Der ist so gedreht, Mann. Ja. Das ist auch richtig kack. War bei mir auch. Passiert auf jeden Fall ganz oft, wenn du landest, und dann pauzt dir das Auto so ein kleines bisschen. Ja, Mann! Das ist extrem langsam. Simon, jetzt! Alter, wie beta. Ich bin eh lang in der Luft. Das gibt's nicht! Simon, was war das bitte? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich fahr hin oder fahr ich weg. Wieso hüpfst du nicht auf den Ball? Weil er dann immer scheiße fliegt. Ich will einfach nur gerade dran fahren, damit's nicht rum geht. Ja, anscheinend fliegt er da auch nicht gut. Ja, fliegt da auch nicht gut. Ja, fliegt da auch nicht gut. Fliegt er nicht. Fliegt er nicht? Nee. Nee. Echt? Aber er fliegt gut. Ah ah! Oh, schade. Nice! War den deiner? Ich hab gepisst, Junge! Ah! Was hast du gepisst? Ich hab mit Jungen gemisst. Ich hab mit Jungen gemisst. Achso. Ich hab grad was anderes verstanden. Bitte versteh nicht so vieles. Ja. Ist leider so. Simon, ich hab sie! Ja. Fabio ist auch was spielt. Aber Martin nicht. Aber ja, aber... Jetzt! Ja, wenn ich halt geil stehen würde... Jawoll! 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 Wie er sich den Ball hinlegt! Simon, was machst du da? Ich hab gedreht. Aha! Und dann geschießt. Nein! Ja, geil. Richtig geil, äh. Ich war halt die ganze Zeit ohne Boost rum. Kann man auch machen. Ja, ich hab keine Zeit irgendwas zu holen. Und jetzt kann ich mal ein bisschen sammeln. Oh nein! Nein! War die noch so los? Ich wollte sie hinten drauf fallen lassen. Ah. Drüber gab's. Ja! Nicht so! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Oh nein! Na! Jetzt guckt er gerade, gell? Das kenn ich! Das kenn ich! Das ist so... Die ganze Zeit ist er krumm geflogen. Nein! Und das reicht wieder nicht! Ah! Jetzt krabbt er mich weg! Und ja, genau! Und ja, genau! Da wärst du stark! Sollen wir, klärst du sie? Ja, wunderbar! Ja, ich hab keinen Boost. Ich fahr da ein bisschen hinterher. Scheiße! Komm schon! Nein! Sauber! Simon? Okay? Warte. Tut mir leid, ich bin echt grad irgendwie keine Hilfe. Nein! Oh Fabi, Achtung! Nicht hinter mir herfahren! Oh nein! Wieso? Jetzt macht er grad nochmal so eine kleine Kurve nach oben. Zack! Oh! Oh! Wuuu! Oh! Ich bin leider... Ich war leider in der Luft. Ich war leider in der Luft. Ja! Ich bin, ich weiß nicht, dagegen gesprungen. Ich haut's weg bis Sonntag. Puh! Sehr gut! So viel Glück muss man haben! Das gibt's nicht! Sagt der mit 45, Mann! Pff! Oh was! Ja komm, er geht immer noch weiter an unser Tor, obwohl ich ihn weghaue. Wie blöd er! Schön, Simon. Wie soll ich in die Mitte? Dass es nicht klappt. Sag ich doch. Hä? Du hast ihn gerade angespielt? Und er fliegt hinter dich? Oh! Nein! Nein! Komm, Arnold! Oh, ich wollte Fabi weghauen. Ja. Hat wohl nicht funktioniert. Hat wohl nicht funktioniert. Anscheinend nicht, sonst hätte ich dich weggehauen, oder? Richtig. Oh, jetzt macht er so'n kleinen Hauptsache. Fuck, ey. Jawoll. Klar! Ah! Gehen wir noch rum? Fuck! Das gibt's nicht, dass er immer vor mir rankommt. Oh, wieder genau wie Martin, weißt du? Äh, Fabi ist schon dran gegangen. Jetzt schießt ins Tor! Ja, ich bin von daneben gesprungen, tut mir leid. Ich dachte, ich hol ihn eher so weiter oben von da... Ich hab kein Boot! Sorry! Ich war doch hinterher ran. Sag was, wenn du nun willst! Äh, ja, tut mir leid, da war ich gerade ein bisschen. Ach, man! Oh! Seht man, der ist doch leid! Lass ihn runter, lass ihn runter, lass ihn runter. Boah! Pfff! Oh, Alter! Arnold, komm, mach'se! Weißt du, er kann doch nie aufs Tor gehen! Immer Latte und Pfosten und knapp vorbei! Oh, oh! Oh, nein! Sehr gut! Oh, ich steh doof! Siebel! Geh ihn rüber, breh ihn rüber! Nein! Fast, ey! Oh, man! Ich dachte, ich war auf dem Ball, aber nein! Das macht er nicht! Komm, Arnold jetzt! Er kommt irgendwie in die Mitte! Drück ihn rein! Das gibt's nicht! Weißt du, immer an Pfosten! Immer! Weißt du? Ne, aber es ist doch so! Guck dir mal die Videos an! Mach mal ein Wunsch für uns den besten auf, Fabian! Mann, hier, Mann! Gegen Pfosten schießen! Ich mach die Latte-Pfosten-Kombination bei Bunte ab! Eine 10-Spiegelicht! Oh, nein! Wuuuh! Das ist weiter! Er macht einen Schuss und er geht rein! 10! Wuuuh! Das ist einfach lächerlich! 45 Punkte, aber der hat das entscheidende Tor gemacht! Tja, ich würd sagen, da haben zwei gerockt und zwei geloost! Fabian gehört nicht zu denen, die gerockt haben! Ne, ich hab absolut gerockt! Mehr als Mushroom, wie man hier sieht! Ich sag gar nichts mehr! Besser! Also, Freunde, danke fürs Zusehen! Das war's! Und macht's gut! Tschüss! Ciao, ciao!